Also, mein Vorschlag ist, heute gucken wir mal, ob Berlin wirklich rockt, ja, oder ob das hier so ein Schlupi-Verein ist, ja, oder ob es mit Bad Segelberg zu vergleichen ist, oder mit Winsen an der Lur, oder mit Lüneburg-Heidefeld, oder mit Grünwald-München. Aber ich glaube, wir haben die geilste Stadt Deutschlands, und wir schießen das Thema hier noch richtig ab. Genau, richtig günstig direkt weg, sozusagen, vor Ort, ja, und unser Einstieg ist das hier heute, hab ich mir überlegt, ja. Ein, aber nur eine. Vier, vier Dreier, äh, äh, Imker-Honig hier, ja, und was, äh, wo, was wollen wir denn damit erreichen? Ich schreibe, ich schreibe schon mal gerade jemanden, der darauf reagiert hat, äh, Ja, dass wir das jetzt mal hier aus, genau, dass wir das mal mal loslegen, ja. Also mit einem, damit beginnen wir mit einem Batallion geklauter Honigkonserven. Gucken wir mal einfach, wie weit wir heute kommen, oder? Wir spielen einfach mal, also am Ende des Tages, was will ich denn damit, sagen wir mal KDW oben, ja, in der, äh, in der besten Abteilung da oben, weißt du, wo die, äh, schönen Hummer und so, okay? Kaviar schrunzen. Kaviar, ja, genau, da will ich uns am Ende nehmen, okay? Schön Kaviar schrunzen, in aller Ruhe. Genau. Mal sehen, wie weit wir kommen, ob wir in Berlin waren. Und ich sage, ey, und ich sage, Cing, Chang, Chong. Okay? Geht los? Geht los. Okay, alles klar. Ich möchte ein Spiel mit dir spielen, das wäre Cing, Chang, Chong. Sagt ihr das was, Cing, Chang, Chong? Nee, Stein, Schere, Papier. So, und unser Einsatz ist, wir stellen einen, sehr gerne, wir stellen einen Honig zur Verfügung. Den setzen wir jetzt ein, wir erhöhen, okay? Wir erhöhen auf zwei, okay, das ist auch, äh, was hast du denn, für deinen Kaffee. Was würdest du dagegen setzen, äh, um das zu wieder spielen? Wenn du gewinnst, kriegst du doch unseren Honig, wenn wir gewinnen, kriegen wir dein Teil. Einmal mal eben, das ist doch cool, ja. Oh, das ist ja geil, ja. Einmal eben. Sehr schlecht. Okay, geht los, alles klar? Ganz locker. Tschüss. Ciao. Ah! Ja! Und du hast der ungekühlte Sieger! Wie sehr? Axel, Axel hat's gerockt und wir haben unseren Honig verstanden. Also, mein Lieber, hier ist der Honig und dein Pail dazu. Alles klar, Axel, vielen Dank. Kein Problem. Lieben Gruß an deinem Chef, vielleicht kommen wir den eigentlichen Raum wieder. Alles klar. Tschüss, alles klar, tschüss Axel. Schönen Tag noch, viel Spaß. Ja, danke. Du sagst das doch los! Und du wirst gewinnen, klar? Alles klar. Also, Stein, Schere, Papier. Okay. Tschin, tschung, tschung. Nochmal. Tschin, tschung, tschung. Nochmal. Tschin, tschung, tschung. Nochmal. Ja. Tschin, tschung, tschung. Nochmal. Tschin, tschung, tschung. Oh, die Shisha. Gut. Okay. Bist du noch rauf? Okay. Tschin, tschung, tschung. Nein. Komm her. Da hab ich gewonnen. Wer hat gewonnen? Du hast gewonnen. Echt? Ach, du hast schon wieder verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Hast du verloren? Ja. Jetzt hatte sie einen Stein. Sie hatte einen Stein, genau. Und dann steht er. Ja. Mann, ey, so kommen wir nie weiter. Danke, ja. Also, Honig ist einer. Macht's gut. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank. Tschüss. 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 Ey, der Junge macht mich fertig. Mann. Wie ganz viel eins willst du so machen? Ja, Mann, ich hab 10 Mal gespielt. Tschin, tschung, tschung.